In diesen Zeiten gibt es aufgrund der Kontaktsperren wenig Abwechslung in den Pflege- und Seniorenheimen und im betreuten Wohnen. Um das zu ändern, hat sich die Mitmachtzentrale im Landkreis Rostock etwas einfallen lassen. Unter dem Motto Künstler am offenen Fenster bringt die Mitmachtzentrale Künstler und Einrichtungen zusammen. Den Auftakt bildete der Komponist Dominik Runau in der Seniorenresidenz Gertrudenhof. Er brachte Lieder seines neuen Albums mit. Es heißt passenderweise Am offenen Fenster. Am offenen Fenster Dominik Runau hat für die Bewohner der Seniorenresidenz nicht nur Musik mitgebracht. Er trug auch Gedichte aus seinem Band Kirschblütenregen vor. Die Mitmachtzentrale im Landkreis Rostock hat sich im Februar dieses Jahres gegründet. Träger ist der Verein Lernen aktiv. Die Mitmachtzentrale versteht sich als neutrale und unabhängige Anlaufstelle zur Förderung und Bereicherung des ehrenamtlichen Engagements im Landkreis Rostock. Die Bewohner der Seniorenresidenz nahmen das Konzert dankbar an. Sie setzten sich, natürlich mit Abstand, in den Innenhof, hörten an ihren offenen Fenstern oder auf dem Balkon zu. Auch der Landrat des Landkreises Rostock, Sebastian Konstin, war vom Auftakt der Konzertreihe begeistert. Weitere Konzerte gab und gibt es in Bad Oberan, Lage, Gröbelin und Kühlungsborn. Die Reihe wird auf jeden Fall so lange fortgeführt, wie die Kontaktsperren bestehen bleiben. Es können sich auch Künstler bei der Mitmachtzentrale melden, die Interesse an einem solchen Auftritt haben. Nicht im Rahmen der Mitmachtzentrale, aber thematisch passt es. Das Konzert von Lothar Reißenweber im Innenhof des betreuten Wohnens in der Schneuenstraße. Auch hier mussten aufgrund der Corona-Beschränkungen alle organisierten Veranstaltungen und Termine im Haus abgesagt werden. Lothar Reißenweber brachte seine Klarinette und eine Menge Lieder mit. Er spielte aber nicht nur auf seinem Instrument, sondern sang auch einige Lieder selbst. Kommt, wir spielen, wir wollen uns kühlen bei diesen frischen Tauern. Kommt, wir spielen, wir wollen uns kühlen bei diesen frischen Tauern. Auch hier gab es einige Bewohner, die sich in den Innenhof setzten. Andere lauschten oder sangen vom Balkon oder am offenen Fenster mit. Das kleine Konzert von Lothar Reißenweber war das zweite hier und es soll nicht das letzte gewesen sein. Gerade für die älteren Bewohner sind die alten Volkslieder herzerfrischend. Ob es Komm lieber Mai und Mache oder Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, sind die Bewohner sangen kräftig mit. Und der Klang der Klarinette war bis weit in die Innenstadt zu hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017